Juhu! Heute habe ich wieder ein Rätsel für euch. Ich bin gespannt, wie lange ihr braucht, um draufzukommen. Hat ein weißes Röckchen an. Freut sich, dass es fliegen kann. Fängst du es mit den Händen ein, wird es bald geschmolzen sein. Na, um wen geht's? Die Lösung findet ihr, nachdem ihr hoffentlich ordentlich geraten habt, da unten. Schönen Tag für euch. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020